Wenn jemand den Namen verdient, eine Legende, dann ist es Rudi. Wunderbare Gespräche, immer wieder auch kontroverse Gespräche, aber einfach ein wunderbarer Mensch, der leider viel zu früh erkrankt ist. Natürlich mit Bestürzung, wie jeder, der nah an Rudi Assauer dran war oder entfernt, weil er natürlich den Fußball extrem geprägt hat. Er wird immer in den Herzen aller Menschen, die sich mit Fußball beschäftigen, im Herzen bleiben. Es ist uns natürlich allen bewusst, welche Wichtigkeit diese Person für unseren Verein darstellt. Dementsprechend waren wir natürlich sehr getroffen. Er hat die Bundesliga mitgeprägt und war für mich eine schillernde Figur in der Bundesliga. Das ist sicherlich traurig, wenn du dann auch so krank wirst und deswegen ein Ball hat auch in die Familie. Ein Mensch mit Ecken und Kanten, der aber immer geradeaus war und der gerade hier auf Schalke wahnsinnige Verdienste sich erworben hat. Wenn man einfach weiß, wie es jetzt in den letzten Jahren um ihn bestellt war, ist es für ihn persönlich und für seine Seele vielleicht sogar auch eine Erleichterung jetzt gehen zu dürfen. Vielen Dank.